Hallo liebe Musikfreunde, die Bühnen in Deutschland sind aktuell leer, so auch die hier im Haus des Gastes in Kemmerswalde. Viele Künstlerinnen und Künstler können nicht musizieren und so geht es auch unseren musikalischen Nachwuchs. Unser Silo am Bariton kann momentan nicht den Musikunterricht wahrnehmen. Er hat aber zu Hause fleißig geübt und wir möchten die Gelegenheit nutzen, heute doch einmal hier etwas Musik auf dieser Bühne zu spielen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017